Suchen Sie nach Ihren Kunden? Milliarden Menschen nutzen WhatsApp, iMessage, Telegram und andere Messenger. Wo kann man sich mit ihnen optimal in Verbindung setzen? Da, wo Sie momentan sind. Mit dem Bitrix24 Contact Center können Sie alle gängigen sozialen Netzwerke und Messenger in nur ein paar Klicks verbinden. Erreichen Sie die Kunden über einen Ihrer Kommunikationskanäle, wenn Ihre Manager das Gespräch über Ihre Bitrix24 Accounts führen. Klingt einfach? So denken wir auch. Überzeugen Sie sich schon heute! Bitrix24 ist auf jeder Plattform, jedem Handy oder Desktop. Probieren Sie es jetzt kostenlos bei bitrix24.de aus.